Also ich habe jetzt voll beschleunigt, das fühlt sich in einem, finde ich, subjektiv starker an. Wir können ja gleich die nächste Runde mal fahren. Und am Start zielt merkt man das ja dann, wenn auch in jedem Auto nur einer von uns sitzt. Hier haben wir jetzt schon einen Unterschied. Allerdings merke ich auch deine Bremse. Ja, deine Bremse ist das. Das ist der Bremspunkt. Also da ist ja... Ich glaube, deine Bremse wird mir noch einiges runterbringen. Das habe ich doch immer gesagt. Oh, hier schickt er nur noch, ne? Nur noch, ja. Das kostet nicht so viel Zeit. Das kostet so viel Zeit. Da muss ich so viel langsamer fahren, als ich eigentlich könnte, theoretisch. Das ist genial. Das ist geil. Ja, ja, ja. Das ist mir leichter zu fahren, komischerweise. Das war jetzt die Grenze, ne? Schneller keine Chance. Das ist ja jetzt auch noch ein Jeep. Also man merkt auf jeden Fall, dass mein DTC mit H und R härter ist. Im Lenkfall und im ganzen R. Das ist ein bisschen softer, das stuckt ein bisschen aus. Wahnsinn. Da war es wieder, gerade wieder, ne? Ja. Doppelter Schallvorgang. Das ist was, was mich wirklich nervt. Jetzt reiht man. Jetzt ist das ja genial. Ich bin ja gefühlt fünf Minuten früher beschäftigt mit Bremsen und groß aufpassen, dass da nichts passiert. Deswegen kommt mir meiner auch subjektiv leichter zu fahren. Obwohl das natürlich objektiv Blödsinn ist. Um mal jetzt den direkten Vergleich zu haben, gehe ich mal ganz schwer davon aus, wenn beide Autos das richtige Setup haben, sprich nur anderes Fahrräume und Reifen. Wenn ich eine andere Bremsen muss, muss dieses Ding locker unterhalten. Ja, ja. Locker. Du merkst bei beiden die Schwachpunkte. Wunderbar, wo extrem viele Sekunden weg sind. Das ist schon interessant. Hier habe ich nämlich mein Problem, wenn Schiniqui lauter durchfahre, habe ich hier mein Bremsenproblem. Ja, hast du auch. Habe ich eben gemerkt. Hat mir nämlich der Ralf gesagt, fahre da auch durch, da kannst du durchfahren. Kann ich auch, aber ich habe danach keine Zeit mehr gedacht zu Bremsen. Ja. Ich hämmer dann so in die Kurve rein. So, aus der Geschwindigkeit muss man hier tatsächlich auch bremsen. Ja. Das geht ganz schnell mal da hin. Das ist keine schöne Ecke hier, wo es da hingehen sollte. Nee, besser nicht. Du warst zu früh an deinem Scheitelbuch. Jupp. Ich habe das Sportunterfahrertraining durchgeguckt. Alles. Die habe ich mir alle downgeloadet und im Fernseher im Wohnzimmer geguckt. Aber sehr hilfreich für mich. Hier kann ich nicht mit der Geschwindigkeit durchfahren wie du, ne? Nee, das merke ich. Das ist völlig bedenkbar. Die Kurven kommen viel zu schnell hintereinander und du bist so mit Übersteuer und Untersteuer beschäftigt. Das ist mein absolutes Lieblingsstück hier. Das finde ich so benäher. Da rennt ich eben die Körpers nicht. Der hat ihn auch nicht mehr, der nach dem Umbau. Der ist jetzt viel höher geworden. Der bringt so viel Umbau im Fahrzeug ein. Der ist so richtig kackendig geworden, ja genau. Ich werde da zu weit nach außen getragen. Ich fahre den auch nicht mehr. Komm, hier wieder ein bisschen für die Galerie. Das ist was. Ich glaube es nicht. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Das ist jetzt. Achtung jetzt, fühlt sich ganz schlimm an, dieser Bereich hier. Achtung jetzt, was es gibt. Achtung jetzt! Achtung! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020